Aber das habe ich jetzt fehler gemacht fehler 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 große fehler kleine kuh gekauft anstatt große Hallihallo da ist der Guzoa mit der zweiten folge des pushes Ich bin noch nicht weiter also das ist ein direkter cut zu der folge von gestern Und oder bringe ich die zeit gleich noch aus es könnte auch sein dass ich sie am gleichen tag raus bringe mal gucken Ich weiß es echt noch nicht so Wie gesagt gestern hatte ich ja gesagt oder heute je nachdem Luftfeger war ja fertig nach hier nach dargestellt und dann war das schicke Und wir haben schon 63k d l x Freu freu So Nett wo ist sein da ist sein d l x Da müsste ich und er hat auch relativ viel l x selbst so ich meine schade ist natürlich dass ich meinen king nicht bei habe ich Ich würde gerne hier mal noch mal kurz einfach mal kurz klieren ob ich hier noch irgendwo Nö da sind nicht mal irgendwelche bomben die mir irgendwie Das leben schwer machen könnten dann würde ich jetzt einfach mal Da ist eine cb okay die cb macht mir das leben schwer könnte zumindest so sein Wollen wir natürlich direkt Ein bisschen profil achse betreiben Und die natürlich gleich erst mal wegsnetzeln So Zack ja okay läuft also drinnen bin ich soweit erst mal ich habe auch noch fünf Mauerbrecherchen also das sollte ganz gut laufen die riesen sind denke ich mal noch nicht so ganz müde Das passt ja genau in den in den bereich wollte ich sie gerne haben so Alex machen wir da gerade klar passt Sehr geil also hier also hier muss ich wirklich mal ein großes lob an meine freunde die mauerbrecher geben Das hat gut geklappt die haben sich gut durchgearbeitet jetzt sollten natürlich auch meine goblins Bisschen besser laufen ja genau da lauft ihr nämlich hin da möchte es nämlich der gozoa hinhaben Klingt komisch ist aber so Ja sehr geil so jetzt ist aber auch schon fast alle würde ich sagen ja genau hier noch ein bisschen was vom alex Ja ein bisschen ist so egal aber wir haben das gesamte dunkle passt Die truppen haben jetzt auch nicht so megamäßig viel gekostet weil wir müssen ja überlegen wir haben kein heal gesetzt Das hat auch noch mal einiges an an alex gespart auf jeden fall Und auch nicht geblitzt natürlich Was wie gesagt also auf der suche nach dem dunklen ist es halt wirklich mit dem blitzen eine coole sache Dass du wirklich wenn du gegen da hast du irgendwie 3k hat dass du wirklich sagen kannst gut okay komm Gibst mir mal doch in meine tasche auch wenn ich den angriff selber eben verkackt habe Dann ist das trotzdem eine coole nummer so Boost läuft Ja genau dann gehen wir noch mal kurz in den klaren krieg Da müsste ich möchte ich noch mal gerne schauen 62 ich würde gerne noch mal WTF sehr geil da da muss ich jetzt mal Da hat garantierten connection lost gehabt garantiert Oder wird sich einer richtig geärgert haben Der wird nicht mal Der wird nicht mal eine truppe gesetzt haben also das hätte ja auch sein können dass er jetzt eine truppe gesetzt hat und die halt weggeschnetzelt worden wäre aber Der junge oder kann natürlich sein dass er Gesetzt hat hier Lass mich mal in ruhe aber dann hätte er früher abgebrochen dann hätte er Vielleicht irgendwas gesetzt und dann abgebrochen denke ich also das würde ich sagen war connection lost was sagt ihr dazu Schreibt es bitte in die kommentare So Hondo hat auch verteidigt das gucke ich mir auch gleich noch mal Vom zweiten auf dem vierten ok Da hat sich einer gedacht ich nenne mich paul walker paul walker bin ich jetzt mal ich will mich jetzt nicht zu sehr aus dem fenster lehnen aber Wird paul walker nicht anders geschrieben Ich würde mich sagen der wird paul ja genau Ja aber egal Läuft bei dir paul So Da hat hondo verkackt ich guck mal gerade noch was hier sonst noch so geht also wie gesagt die Verteidigung war natürlich episch Ich guck mal noch mal rein hier haben wir oh ja doch das würde ich gerne mal gucken Ich guck gerade alter das ist mega schnell ich meine sind wir ehrlich ey Etwas über eine minute und der angriff ist gegessen das ist schon ziemlich nice Hier sehen wir wie die lava hunde tanken ohne ende auf jeden fall Ja der luftfeger war natürlich auch richtig geil gemacht Geile nummer auf jeden fall auf jeden fall nicht schlimm gewesen gut dass es nicht eine einfache war Die hätte er dann noch mal richtig fläche gegeben Ja hinwandfrei Ich meine richtig schön souverän Also das kann man auf jeden fall noch als overkill Betiteln auf jeden fall da ist noch einiges übrig Das war ein richtig schöner overkill und nicht mal die händen helden verwendet richtig krass Ja das war dekadenz pur vom hondo ich sag mal ich kann das und ich mach das mal zack Lass mich mal machen wie richtig geil auf jeden fall So jetzt sind wir gleich am start wieder Mit dem king oder ohne ist vollkommen egal Geplättet wird der gegner trotzdem hoffe ich Zumindest Wie gesagt lx mäßig ist jetzt egal Da bin ich ganz gechillt und ich gucke auch wenn ich jetzt sehe Dass ich jetzt eben das dlx übelst am farm bin und schon relativ weit oben bin also wenn ich jetzt nicht irgendwie 10k oder sowas habe sondern wirklich ein bisschen mehr in dem fall kann man mir ja wirklich was klauen Gucken wir noch mal kurz in eine verteidigung rein hier jetzt sage ich jetzt mal zack Dann seht ihr ja gleich was man mir klauen könnte Und das ist ja auch schon ein bisschen was ich meine zweieinhalb klar viel mehr mehr aber egal Zweieinhalb ist auch schon ein bisschen was und da muss man halt schon gucken was Mache ich da beziehungsweise wenn ich da jetzt zum beispiel noch mal drei millionen zusätzlich am lx zu liegen habe Ist die wahrscheinlichkeit natürlich viel höher dass sich einer denkt okay ich könnte von dem einfach mal 2,5k dlx grabben und dann kriege ich noch irgendwie was weiß ich 300k vom lx nice wenn der aber sieht ich krieg nur 40k vom lx Und die 2,5k kriege ich vielleicht gar nicht so hundertprozentig dann lässt er das eventuell und snackt mir nur mein rathaus Aber ich glaube farmen brauche ich euch nicht erklären Das sollte ganz gut laufen aber wenn ich das gerade sehe dass der hondo mit den Helden noch viel weiter ist als ich da habe ich ja wieder lust da habe ich ja wieder richtig lust Da hat er mir wieder mal richtig eine kugel gegeben Könnte man aber zu wenig dlx ansonsten hätte man den echt nehmen können Nett ein k Und ich meine ganz ehrlich das gold 174 ist jetzt auch nicht so und nice Hat er hier vielleicht irgendwas zu stehen nö okay er ist ganz lieb zu mir Ja dann bin ich auch ganz lieb zu ihm und mache es ihm ganz einfach und er stirbt einfach zack zack Gucken wir mal machen wir hier noch mal ein paar Boogies hier nebenbei noch so ein bisschen Außen rum hier dass die sich hier noch um den rest kümmern Und wieder zwei mauerbrecher nur nicht wer weiß wie eskalieren Weil sieht man ja wirklich immer wieder auch wenn man dann sagt Ah komm jetzt muss das hier mal gemacht werden und man haut da irgendwie zehn mauerbrecher rein ich denke mal das hattet ihr auch schon Haut da rein was das zeug hält und dann merkt man naja so wirklich viel gebracht hat es nicht ich meine es war wirklich um den wutlos zu werden aber das war es dann auch So also die mauerbrecher habe ich halbwegs verteilt das ging So jetzt sollte ich aber natürlich auch ein bisschen reingehen genau genau hier jetzt jetzt klären die boogies hier einiges denke ich mal Ja okay jetzt bin ich drin Einfach ist auch anders aber da haben wir auch eine riesenbombe die sagt kurz hallo Aber die goblin sagen ha ha gold und dlx und dlx und gold und wie auch immer so passt Taunerl haben wir eh gesnackt somit ist der kampf so grundsätzlich gewonnen passt Ja okay da brauchen wir jetzt nicht weiter rumtüddeln Etwas über 100 im gold bereich läuft der tausender im dunklen einwandfrei Ein 65k dunkles auch ganz nett wir gucken noch mal kurz in den cw rein Ah hier aber guck mal das sieht man natürlich auch ich meine wir haben immerhin Fünfter platz gegen dritter da wird es dann schon echt schwierig besonders wir gucken mal ob es rathaus mäßig sich auch geändert hat Nö das ist rathaus 5 rathaus 5 das ist rathaus 9 gegen rathaus 9 also das ist gleich Aber es ist natürlich wirklich schwierig Wenn man als fünfter den zweiten angreift da Hat er meinen respekt Na der king ist zu früh gesetzt Weil dem ist ja jetzt noch gar nicht klar wo der hin soll ich meine das hier ist jetzt Glück gewesen dass die magier so schnell gekliert haben würde ich sagen weil Das ding Der hätte sich auch dagegen entscheiden können Auf jeden fall Ich meine jetzt natürlich cool dass man eine gute schlagkraft hat mit dem king Und dass der halt eben gut was aushält So Ja schade hier jetzt sieht das nämlich mit den packers Ich meine klar das wäre jetzt hier sogar noch der gewinn gewesen Wenn die komplett außen rum gegangen wären Bloß ich gehe mal davon aus wir haben da gleich noch die hexe Ah das wird schon ohne die hexe geklärt hier Das wird schon ohne die hexe geklärt Das haben die gemäxten luckys schon Für sich entschieden das ding Und der magier sitzt da Und kann gar nichts Mehr machen Ist natürlich ärgerlich dann klar Gucken wir mal ob der clan noch was hier Hier gucken wir mal Was hier noch geht Eine verteidigung auch schon relativ viel DLX am start Aber wir sehen es schon an den truppen Da passiert nichts Da passiert gar nichts Dafür sind einfach die mauern auch zu gut Da kriege ich halt eben mit den 6er boogies Nicht wirklich was gerissen Also Klar Der wird sich gesagt haben Gut okay ich habe hier halbwegs Volle sammler und minen Aber der hat sich verschätzt Weil bis jetzt ist das eine sache die sich nicht gelohnt hat Und guck mal Ja Selbst wenn er hier jetzt reingekommen wäre Was hätte er dann machen können Er hätte nichts machen können Klar Der hat sich verschätzt Der dachte die sammler und minen sind voller Noch eine andere Frage habe ich gerne noch Die würde ich gerne noch mal loswerden Was sagt ihr Zu Lichtless senkrecht start Also wie gefällt euch das Schreibt mal rein Ob das cool ist Ob das nicht cool ist Wie gesagt also Noch mal kurz von mir aus Wirklich Auch wenn das vielleicht Wirklich bei anderen Immer mal so komisch Rüberkommt So oh ja Also ich kann wirklich sagen Ich habe ihn ja wirklich Fast von Anfang an erlebt Und ich kann wirklich nur sagen Läuft halt Also läuft richtig gut Und ist auch In keinster Weise irgendwie Dass Er Sich dadurch irgendwie geändert hat Bis jetzt Also bei mir Kein bisschen Dass er jetzt sagt Äh Naja Mit dem Gusua Der hat mich jetzt hochgebracht Oder sowas Und jetzt will ich aber Nicht mehr mit ihm aufnehmen Gar nicht Kein bisschen Also das Passt Es ist immer noch Der kleine Lichtlebob Und das läuft Aber warum hat er Max Magier Damit habe ich nur 0,0 gerechnet Versteht das bitte Und Da sagen die Boogies Natürlich auch Junge Wir haben Angst Ich meine wirklich Die Magier Die haben das Ding Hier jetzt Für mich Richtig teuer werden lassen Damit hätte ich jetzt Echt nicht gerechnet Ich dachte Ah naja So ein paar Teslas oder sowas Aber gut Okay Wir könnten natürlich auch Ich meine wir Ganz ehrlich Ich meine Wenn er mich Wenn er mich Dazu herausfordert Dann könnte ich ja Natürlich auch Einfach mal sagen Komm Okay Dann gibts mal Ins Gesicht Einfach mal Direkt vom Gusua Riesenbomb ist uns Auch relativ egal Schnurzpiep Fast Könnte man sagen Nee King würde ich noch nicht Genau Und jetzt probieren wir Eventuell Irgendwie an den Magiatürmen vorbeizukommen Ich weiß Das wird eine schwierige Kiste Das wird eine schwierige Kiste Wenn noch ein Riese Überbleiben würde Würde das meine Rettung sein Oder mit dem King Ansonsten brauche ich Wirklich meine Kobis Nicht in diesen Bereich Reinschicken Das weiß ich selber Das ist einfach Ein komplettes Suizidkommando Und das bringt's nicht So dann mache ich hier noch kurz leer Dass die dann nicht Darum rennen Wenn ich in die andere Richtung möchte Ich habe noch ein paar Barbaren Die ich ja beim Rage Dann drin habe Die werden mir jetzt aber Hier auch gleich weggebrutzelt Durch die Magier Türmchen Ja okay Die haben sich erstmal Schön versteckt So jetzt Wäre es natürlich Ziemlich geil Wenn der King Da durchkommt Ich meine Es ist nur Flächenschaden Es ist kein Einzelschaden Ja das könnte was werden It could wood something Ja Ah nicht Bitte nicht dahin Warum Ja Ah ärgerlich Das ist ja Ärgerlich des Todes Das ist wirklich ärgerlich Egal Flash mich nochmal Ja Schade Das Da hätte ich mir natürlich Noch ein bisschen mehr gewünscht Aber wie gesagt Ich wollte ihn ja eigentlich Nur bei dem Nur das Town Hall Wegnehmen Und wenn er dann Mit so einer Miesen Aktion Da Zu Rande kommt Hier Dann ist das klar Dass der Guzua Da ein bisschen In den Rage Mode geht Und ihm mal richtig Die Fresse polieren will So 10 10 Also mit einer Verteilung Mauerbrecher Passt meiner Meinung nach Komplett Das geht ganz gut Auf Immer Aber Da habe ich jetzt Fehler gemacht Fehler Fehler Große Fehler Kleine Kuh Gekauft Anstatt große So Zack Passt 65k Das war's Für Heute Leute Bis dann Es war's Das war's Das war's Vielen Dank.